Diese Blumen, das ist ja wunderschön, ja, die Azaleen da, hier gibt es auch Gemüse, ein bisschen Kräuter, auch Rosmarin, hier ist Rote Beete, das ist Fenchel, die Sonnenblumen, ja. Und hier ist der Kohlrabi, die Kinder essen wahnsinnig viel geworden. Die herrliche Zeit, die wir im gemütlichen Gastlichen Haus verliebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubländern herumgehören. Im Osten steht unser Morgen. Wichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Heil Eva. Heil Eva. Heil Eva.